Ich bin Rafael. Ich komme in Spanien. Ich studiere Deutsch. Heute warten wir in Kartoffeln bei beiden Tähnen. Das Rezept hat diese Sonstanz. Vier Kartoffeln, ein Süßel, Eikenus, Oliven, Rezen die Süßel, zerreiten sie die Kartoffeln. Im Inneren, Süßel, Ardi, Heide, Betten, Kartoffeln und Siesel, Mehl, Musrub, Süße, Perfé und Sal, Mistike, Sliebi, alles Sustanzen gut. Mit einer Pfanne etwas Oil setzen und erwassen Temperaturen zusammen. Dann legen wir den Musstuck in die Pfanne und geben in beiden Seiten Kuchen. Tipps in Kanti Kartoffeln. Es treffen mit Succa und Suc und Begrind siehe mit Alpfermus. Dann legen wir den Musstuck in die Pfanne. Dann legen wir den Musstuck in die Pfanne. Vielen Dank. Vielen Dank.